Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr hört euch vielleicht, ich bin ein bisschen gekehlt. Ich werde heute aber trotzdem ein Video vor euch drehen. Und ja, heute mit meinem Handy, also... Ähm... Es wird wahrscheinlich ein bisschen wackelig, dieses Video. Ja. Und ich habe noch keinen Plan, was ich jetzt drehen werde. Habt ihr eine Idee? Oh, ich habe eine Idee. Was haltet ihr von? Ein kleines Fleisch allein zu Hause. Also... Es ist halt so, ihr werdet meine Hände wahrscheinlich sehr oft sehen. Und ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ja, und dann bin ich gefühlt, was... So schlecht werde. Es ist alles aufgeräumt auf meinem Hof. Gut. Dann müsste ich jetzt mal los. Gut. Gut. Ja, zum Arzt. Irgendwann, der Kette. Kaffee, mach kein Info. Tschüss. Wie geht's denn auch bei uns. Ist sie weg? Ich glaube schon. Ja, sie ist weg. Na, wenigstens können wir jetzt Quatsch machen. Ja, finde ich auch. Quatsch machen ist immer das Beste, wenn sie weg ist. Ja. Okay, dann. Das haben wir bisher ein bisschen erkältet. Ja, dann wird sie... Ja, dann wird sie hier nicht. Schade. Gut. Also ich jetzt Quatsch machen. Was willst du denn machen? Na, was wohl? Dann fährst du drin. Ich muss in die Futterkammer. Ach, da endet ich. Da bin ich. Gut. Ah, bestimmt die Bude. Wui. Was mache ich hier überhaupt? Ich würde auch nicht geputzt werden oder sowas. Da sind die dicken Buletten. Hm, wo sind die denn? Die ganzen Äpfel. Gut, besser ist nichts. Oder hier. Gut. Dann nehme ich mir mal zwei Kisten und fressen. Ah, schmeckt das lecker. Ich glaube, ich hole mal die Ponys dazu. Ponys. Hey, Lucky Dancer, möchtest du? Hey, Lucky Dancer, möchtest du mit ähm Futterkammer ausrauben? Na klar. Ich habe uns schon zwei Kisten gestellt. Gut, ich mache die auf. Bitte sehr. Danke sehr, Saman, sehr lieb von dir. Gut, dann lass uns mal hingehen. Du musst dir aber schon den Chaos eingerichtet. Du hast es doch noch gar nichts. Oh, und Welsen auch noch. Gut, dann lass uns mal fressen. Stimm dich doch nicht so draus. Du hast dir schon einiges weggefressen. Gut. Mama, Mama, ist sie weg? Ja, mein Schatz, sie ist weg. Darf ich dann mit meiner Freund, mit meinen Freunden etwas machen? Nein, du bleibst schön hier. Mama, darf ich? Nein, jedes Film bleibt ihr. Ihr wollt es. Adelig. Hey, Freunde, wollen wir das kleinlich machen? Nee, würde ich eher nicht sagen. Ja, eher auch nicht. Okay, okay, dann bleiben wir so stehen. Mama, darf ich mir Snooks holen und rausgehen? Bitte. Und Schokolade du auch. Na klar. Ja, wir stellen uns auch genauso wieder hin. Und klop. Klapp. Wippa. Ups. Tschüss. Wir kommen später wieder, wenn sie wiederkommt. Felix, möchtest du mit etwas machen? Was denn? Vielleicht in die Führerlage. Oh, ja, komm, wir holen noch Snooks. Ja, komm, lass uns Snooks holen. Einer von uns holt dein bestes Snooks. Felix, machst du das? Machst du das? Na klar, ich mach das wohl. Gut. Die Mädels sind einfach, du kannst doch ruhig noch mehr mitbringen. Mit Greta oder so. Gut, Hauptsache Pony holen. Gut, dann Pony, los gehen. Greta, Snooks. Ja? Wollt ihr mitkommen in die Führerlage? Oh, ja, bitte, Mama, bitte. Okay. Okay, mein Schatz. Aber steht kein Unfug an. Ja, ja. Gut, dann los. Warte, wollen wir noch was? Die Rüllen? Das mach ich. Okay, Snooks. Wir stellen uns das schon mal rein. Okay. Okay. Tolle Karacho. Rusty, Rusty, Rusty. Oder Button, du auch. Ja, was ist? Wollen wir in die Führerlage? Oh, ja. Rusty! Hm? Oder Princess auch? Habt ihr Lust, in die Führerlage zu gehen? Oh, ja. Oh, ja, ich auch. Okay, dann los, los. Gut. Immer Jungs und Mädels zusammen. Am besten, Princess, du gehst zu Greta. Okay, alles klar. Rusty? Wir gehen zusammen. Wir sind große Fuhlen. Oh, ja. Hm, hm. Na komm, trau ich's, Niki. Ja, ja. Und hui! Das ist ja wie ein Karussell. Müsst ihr euch alle immer direkt hinschmeißen? Hey, das macht das von Leine. Hui! Hüi! Hüi! Oh, ich möchte trotzdem irgendeinen Unfug mal anstellen. Das ist doch schon mal Unfug, oder? Ja, geht so auf. Noch ein bisschen. So, das scheint schon mal genug zu sein. Naja, aber noch nicht genug. So. Hier sind schon welche. Fuhlen leider auch. Komm, man denn noch. Oh, dein Haus! Die Tische umschmeißen. Sofa umdrehen. Hey, Joker! Hey! Ach, dann gehe ich da vorne beim Camp noch mal gucken. Man, hier noch so ein schweiß geilen. Hm! So. Ich glaube, das reicht. Wir dann mal gucken, was die Schleiche jetzt alles angerechnet haben. Oder eben da gar nichts. Hier fängt es schon an und könnte es im Ernst? was ist hier passiert? Es war ja klar, dass die es nicht hinbekommen. Gut, dann fange ich hier mal mit dem Haus an. Und das es das ist das das ist ja Ja? 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 So, ich würde das mal machen, dann würde ich gerne noch ein paar Minuten machen. Hier. Ich würde es wieder auf die Wurzeln. Oh, meine Güte. 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 Was ist es? Ja, was ist Rita? Ein Schläfer. Ich weiß noch. Hä? Haben Sie gerade geredet? Ich glaube, wir geredet haben. Hallo, spinnst du? Hast du einen Schraubenlager für Leben? Krass. Na gut, wie sollt ihr das denn sonst anstellen? Mir war ja die Mensch. Könnt ihr das alle? Ja. Der ganze Hof? Ja. Ja. Und die Menschen? Ja. Wie cool. Ich würde auch gerne lieben können. Ich liebe was. Mich gibt es ja wirklich. Na ja. Aber spielen tue ich jetzt immer noch lieber. So. Ah. Ich bin auch wieder aufgekommen. Ja. 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 Ich schieße nun alles auf. Mann, 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 Schleichpferdung. Mann, Mann, Schleichpferdung. Manche Pferde sind ja brav. Aber manche sind auch ziemlich frech. Aber ich habe euch alle lieb. Der Bittigbestand ist auch alles. So. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe die meisten an Kräft. Stimmt's? Stimmt's? Ich war das mit der Box. Ich war das mit dem Haus. Ich war das mit dem Candy. Ich war das mit meiner Box. So, Quintus. Und Schwimmen. Hier auch noch. So. Button. Princess. Und du hast die. Gut. So. Jetzt sollte schon alles aufgeräumt sein. So, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Entschuldigung, dass man in diesem Schleichpferd alleine sein soll. Meine Hände gesehen hat. Es tut mir, wie gesagt, leid. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Tschüss. Und das nächste Video wird wahrscheinlich über mein Neues Pferd sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.